Heute wollen wir mit euch unsere Kartoffeln ernten, denn bei uns soll es heute Kartoffelsalat geben. Die wollen wir jetzt hier abernten, denn da unten sieht man schon, die ersten Kartoffeln erblicken das Licht der Welt. Also dranbleiben, bis gleich! Ja, heute soll es Kartoffelsalat geben mit den eigenen Kartoffeln. Dafür haben wir hier in unserem Kübel unsere roten Tannzapfen. Die haben wir vor ungefähr drei Monaten ausgepflanzt und heute soll es an die Ernte gehen. Und damit starten wir natürlich auch jetzt sofort. Als erstes entfernen wir erstmal hier das Grün, die ziehen wir alle raus erstmal. Und dann schauen wir mal, hier haben wir schon die ersten Kartoffelchen. Die können auch oben drauf liegen bleiben. Da haben wir auch schon die nächsten. Wie sieht man hier aus? So, das Grün haben wir jetzt hier entfernt und jetzt, hier sieht man schon, ein paar Kartoffelchen haben wir hier schon, aber nun geht das Graben erstmal los. So, die letzte Kartoffel auf unserer Kartoffelhaufen. Hier seht ihr nun unsere Ernte für unseren Kartoffelsalat. Ich denke mal, für diesen kleinen Kübel kann sich sehen lassen, es ist im Allgemeinen eher eine kleine Kartoffel hier, das rote Zandzapfen, Kartoffelchen. Ja, wir lassen sie uns gleich schmecken und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis denn, tschüss.